Hi Leute, was geht? Ich bin wieder zurück. Euer YouTube Julian. Ich wollte euch heute eigentlich was zeigen. Wie ihr zum Beispiel, ich habe jetzt 1370 Juwelen. Aber ich will einen anderen Namen haben. Aber es kostet halt 100 Juwelen. Und so. Und ich zeige euch, wie ihr kostenlos einen Namen dann ändern könnt. Es ist zu 100% Juwelen. Schaut es einfach bis zum Ende an. Bevor ich euch zeige, Leute. Ich habe mir heute den Sprinkless gekauft. Und die Dings, einfach das neue Special Skin. Ich finde die eigentlich nice. Aber ich habe die einfach auf den dritten Spin gezogen. Okay Leute, dann würde ich euch eigentlich zeigen. Okay Leute, ihr geht von Stumblegeist raus. Dann löscht ihr Stumblegeist. Geht ihr wieder in Play Store. Und tut es wieder installieren. Und wenn ihr es dann installiert habt, geht ihr halt rein. Dann sucht es warten. Dann geht ihr rein. Und ihr verliert auch gar nichts. Seht ihr auch bei mir. Nur beim Anfang ist halt so ein No-Skin und alles dran. Aber ihr habt die ganzen Skins. Ich zeige es euch jetzt kurz. Okay Leute, ich zeige es euch jetzt kurz, dass ihr noch alle Skins habt. Okay, hier Leute, ihr habt alle Skins. Ihr habt noch alle Skins, wo ihr habt. Hier, mir fehlen noch die. Okay, oder zum Beispiel Emotes habt ihr auch noch alle. Nur ihr müsst die halt nochmal neu aushosten. Aber Leute, jetzt halt kommen wir dafür. Jetzt, Leute, könnt ihr sehen, wenn ich jetzt meinen Namen ändern will. Ihr habt den Namen auch noch von vorher. Aber wenn ihr jetzt mal den Namen habt, die euch 100 Jubilen gespart. Zum Beispiel, ich will nicht mehr Atem-Kohle heißen. Ich will Atem oder ich will halt einen anderen Namen machen. Und dann mache ich einen anderen Namen. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ihn ab und like da und abonniert auch Königin Riko und lasst ihn bei ihm auch ein like da und ja. Ciao!